Ähhhhhh... Nein? 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 Ähhh... Nö? Ich denke nicht. Was?! Na, ihr Steckdosenbefruchter? Was geht? Wir spielen wieder eine Runde. Leg up Leg it! Dies war's der Corki gerade im Ranket. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, was er kann. Ich weiß nur, dass ich... ...Wirma versuche, mein Bestes zu geben. Auch wenn ADC nicht meine Favoritenrolle ist. Ähh... Mein Bart ist auf jeden Fall... Aggressiv, würde ich mal warten. Würde ich mal... Alter, der ist heftig aggressiv. Ich habe noch nicht so genau geschaut, was wir haben, aber wir haben zwar scheiß ich im Spielverlauf, weil... ...denke ich bin mir... Erste Sache, die mir auffällt, er hat einen guten Attack Speed. Ey. Und er hat einen Skillshot. Cool. Ich bin gespannt, was der noch so kann. Ich habe ihn schon gesehen, also so von anderen Spielern, wie sie ihn spielen, aber... ...selber gespielt... ...noch nie. Aber er hat einen verdammt guten Attack Speed. Ich meine, ich habe zwar Attack Speed, Runen und Masteries, aber... ...ich hatte noch nie so schnell Attack Speed. Also der ist schon ziemlich hoch, will ich mal behaupten. Was macht denn mein Bart? Ich zeig gerade nicht, was hier abgeht, Junge. Ich zeig' gerade nicht, was hier abgeht, Junge. Ich zeig' gerade nicht, was hier abgeht, Junge. Ich zeig' mir jetzt mit Schillen. Schaden Rüstung, für mich mal. Mana Kosten, mein Hörer. Ich glaube, ich habe hier den. Wo geht mein Bart hin? Und... Lassen wir mich nicht allein? Please. Äh. 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 Okay. Was? Was? Gut? Ich glaube, es war gut. Mein Bart düst hier so rum. Oh-oh. Oh-oh. Uh-oh-oh-oh. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, weil... Ich wollte eigentlich erst mal gechilltes Farming machen. Gechilltes Farming. So, dadurch da so... Baba. Und... Äh. 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 Also, ich merke nur gerade, der Bart ist übelst aggro. Anscheinend mag der die nicht. Ist nicht gut mit denen zu befreundet oder so. Ich... Ich kann's verstehen. Ich... Ich kann's nachtvollziehen. Ist nunmal Vayne. Niemand mag Vayne. Ba 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 ba. Wow. Okay. Das ist cool. This is really cool. BoANZ! That's nice. also ich finde bisher ganz was wird das denn ich bin ganz voller rolle was der war zu machen mädchen und rolle sich das gerade richtig der acht scheiße das ist voll verpeilt so ich neid schaden wie nennt man die noch mal ich hab's voll vergessen ich hab's voll vergessen wo ist unsere bottle hallo don't leave me alone wie nennt man die schaden die weißen zahlen ich weiß es nicht lilas magisch rotes ah nee was war noch mal das weiße das was ignites ich wie heißt ich weiß es nicht steht es irgendwo absoluter schaden oder heißt das also dafür gibt es keine rüstungswerte die sind einfach einfach hoch verstehste wiii flieg wiii ok jawoooi get em boy ok ok der woody ist verreckt ich bin verreckt ich glaube das war ein guter gang wo der ich will es nicht sagen aber es ist super ich bin begeistert ich bin begeistert und was muss man bei den kaufen ich hab keine ahnung hilfe ich habe keine ahnung wie man diesen champion spielt ich bin das erste mal ich kaufe einfach mal trinity weil das jeder macht ich glaube ich hoffe ich ich hoffe ich yo hey ihr seid mal hier ein bisschen sozialer sonst die wenige nicht in ordnung finde ich nicht in ordnung ins gedammel aber ich habe einen guten naja halbwegs guten form ich hasse dich mal ok ja genau okay gut 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 ja boop 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 iiiiiiii 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 boop aber ich habe den champion nicht nicht so ganz meine mauer keine genervt oh gott love slumber okay du du ich hab heal gemacht fick dich fick dich ich hab heal gedrückt ich wollte sie baiten mit dem heal aber mein heal hat nicht funktioniert und warum bist du dir verreckt okay ich glaube es läuft gut ich bin positiv überzeugt ja also leute ihr werkt schon es ist immer wieder toll wenn ich ein champions spiele von denen ich keine ahnung habe das ist so unervoll oh bad oh bad oh bad du bist so am arsch oh bad das hat sich rediert ich weiß ich weiß ja nicht oh jungen ist falsch uuuuuhhhhhh f*** dich vain ich bin ganz von der rolle ich bin ganz von der rolle du wahlprozentig in den rein verloren okay vain ich will dich f*** ich will dich f*** ich will dich f*** diesmal f*** ich dich b*** ey f*** ich bin korki leg dich dir mit korki an der 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 super okay war es gut ich glaube es war gut das ist eigentlich schlau das jetzt zun ich glaube ichekill es einfach Kann nicht so falsch sein Hey, ich hab ne kill ich hab die vain allein geckeillt yifici mit taktischen skill vorrichtungen und der chat geht mir bisschen auf den sack Ich will eure geflame nicht lesen Es tut mir leid, aber... Flame könnt ihr daheim. Nicht bei mir. Ich hab ne Blut, ne, right? Bamm. Oh. Oh. Okay. L-Lol? Bart? Bist du bescheuert? Woher kommst du? Ehrlich, woher kam der jetzt? Puff. Ja. Ja, spürt ihr es auch. Spürt ihr es auch, Leute. Diese Macht. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Sie wollen's wissen. Oh, shit. Sparmen. Sparmen. Ich glaube, ich bin am Arsch. Da war nämlich gerade Elise. Da hab ich zumindest gesehen. Also ich verstehe nicht, wie Korki gut sein kann. Ich weiß nicht. Ich bin nicht davon überzeugt. Momentan. Ich bin nicht davon überzeugt. Ich bin nicht davon überzeugt. gebetet beide ich hab zwar keine ahnung wie ich es gemacht habe aber jetzt gut gemacht bin ich auf jeden fall überzeugt botan das war nicht schlecht von mir will ich mal behaupten dafür dass es erst mal corgi spiele corgi super ich für die dolly irgendwie ich mag den er hat was lustig eo tp hey warum Äh, warum? Ja, also TP da auf die Bot Lane, damit sie in die Mitte kann. Ja. Okay. Okay. Ohne ich nicht verstehen. Aber unser Towers ist gleich down. Wir sind voller Warsch. Aber das Trinity bringt's glaube ich. Also ich mache echt nicht schlecht Damage dank den Rockets und so weiter. Also ich fühle mich schlecht bisher. Oh, cooles Bottle. Nein. Nimm nicht den Tower. Nein. Nein. Lol. Gute Bottle. Gute Bottle. Ew. Mach dich kalt Bitch. Ew. Alter ich mach voll viel Damage. Alter, der macht übelst der Mr. Corki. Der ist echt nicht ohne. Also... Ich hab nichts gegen ihn momentan. Also ich finde ihn ganz cool. Seit ich Level 6 bin, ist er ganz cool geworden. Der hat was. Also er ist sehr sehr einzigartig. Würde ich mal behaupten. Ups. Das war jetzt nicht so... Huuuuii. Ooooookay. Ooooookay. Yo. Was geht's? Ehhhhhhhhh. Nein. 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 Ähhh. Nö. Ich denke nicht. Was? Niemals im Leben. Ich war besser. Ich dachte ich krieg die. Oh man. Was war denn das jetzt? Oh. Freakless Kater. Freakless Kater. Nice. Da kommt Maokai. Ohne Bada. Lauf. Udia und Bart sind bei ihr. Let's Battle Beginn. Aber ich würde scheiße, dass ich gestorben bin. Bin nicht cool. Aber der spielt eher mit seinen Skills, ne. Ist mir aufgefallen. Und ein bisschen Outdoor-Attacks. Aber meist eher mit seinen Ulti. Will ich mal behaupten. Dann baue ich ja wirklich... Eigentlich... Mischung von AP und AD. Nö. Ich baue einfach alles, was hier empfohlen ist. Wird nicht falsch sein. Oh. Bitches. Jetzt wird gefickt. Jetzt werden kleine Bäume versohlt. Jetzt werden kleine Bäume versohlt. Oh. 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 Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Also ich finde Korki echt nice. Also der hat was. Also... Ich spiele selber. Das ist super. Macht Spaß. Kann ich mir glauben. Ich spiele das erste Mal Ranked. Wenn ich ihn super finde, müsste ich ihn auch super finden. Punkt. Punkt. Da geht dein Turm da hin. Oh oh. Ich will den mitnehmen. Mega. Ja. Ja. Bitches. 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 Oh. Ja. 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 Der... 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 Was machst du da, Bart? Du sollst nicht irgendwann auch keine Leine fighten. Oh. Oh. Da ist ne Speeder. Spider-Man. In schwarzem Kostüm. Unangenehm. Tja. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, lol. Nein. Ihr seid Arschlöcher. Lasst doch den Arm gleich Korki am Leben. Oh, Kater. Ganz schlechte Idee. Oh. Jetzt können sie Drake machen. Weil... Die können... Ey, wir haben ne Noti los, hab ich gleich bemerkt. Der ist nicht schlecht. Zumindest der baut schon mal ziemlich richtig. Ich würde sagen, scheiße gelaufen. Die haben mich halt easy rauspicken können. Ich war halt gleich genommen. Kann man das so sagen? Wurde genommen? Ja? Ja? Okay. Ich hasse dieses Spiel. Aber ich mag's auch. Also es ist Hassliebe. Hassliebe super. Fact Day. Das war geplant. Still planned all. Alles geplant. Alles geplant. Alles geplant. Wir werden zum Deutschland. Tit, 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 Tit. Oah! Uah! Geh weg von mir! Lass mir Ruhe! Ich hasse dich, lieb Lang. Fick dich! Alter, fick dich jetzt! Kannst mich mal. zisch, ab oh, der Baum am Arsch das ist die Spinne fucking Spinne okay yeah das ist die fucking Spinne töte die Spinne, Leute keiner mag Spinnen fucking Spinne keiner mag dich stirb ich hab ne Red du wirst sterben ich schwöre du wirst sterben du wirst sterben da fick dich äh 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 die hab ich mir geholt oh no oh okay die krieg ich doch niemals down äh nein aaaaaaah oh Gott, da kam der Baum Baumann schreit ne Zutat wusch und schäufe dich aber halt äh ich hätte da niemals hingehen sollen niemals ich hätte eh nicht geschafft mein 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 oh no Tilos oh Uldia ist der allein? hast du niemals allein im Aukai wenn er allein ist wirst du ihn packen 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 uldia sei vorsichtig ah da kommt buddy da kommt buddy da kommt buddy oh Gott oh shit I am on the way oh okay ich denke ich kriegt das in oder auch nicht fucking huren solle warum komme ich da nicht hin warum steckt karte einfach stumpf am tower warum sind die vier leute keiner mag euch ja 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 da war ich habe ich wusste es sexy ja fix fix der Kader ja ja Kater weg lauf doch da lasst sie da lasst sie sie gehen und sie doch wohin ich bin doch weggelaufen verstehe ich nicht okay ich habe sieben Kills ich bin gar nicht so schlecht und 120 Farmen ich würde sagen das ist doch ganz okay da bin ich das erste Mal spiel kann man mich nicht ausschimpfen okay versuche ich mein bestes du 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 so weiner hat sechs Kills so so aber langsam wirklich ganz guten Damage ich würde behaupten ich mache ganz guten oder in Ordnung in Damage Attack Speed ist auch ganz cool ich weiß nicht bin zufrieden oh Gott Udi oh Drake oh Gott Drake oh Gott Drake oh Gott Drake oh Gott Udi oh Gott Udi oh Gott Udi AAAAAAH Buterfucker is Us sterbt kein ku ich hab schon mal gesagt kein нали mag nations das ist voll Alter Corki ist voll cool! Das ist echt ein Jübel! Also ich finde sie cool! Oh! Carter! Oh! Carter! Entschuldigung! Puff! Oh! Meiner! Näääh! Entschuldigung! Noch ein Tower! Jaaa! Jaaa! Dööööööö! Hähähähähähähähähähähähähähähähah Ich find Corki voll sexy! Den kammar weglaufen, rumhü temptmü und, Ja! Damage barren Nein! Nein! Das tust du nicht! Blöde Coo! Ok? Keiner mag dich, hab ich dir schon mal gesagt, Glaub ich. ich hab kein mana ich bin in gefahr ohne mana kein weg springt das ist gefährlich so ich hätte jetzt gern aber auch das hier und dann will ich lifestyle oh ja ich hätte leistiger selbst für sechs aber will es sich dann nicht auch gut machen api zu bauen ich mein skelett zwar auf adi und api weiß nicht vielleicht wäre api ganz sexy habe keine ahnung ich hab den noch nie gespielt ich habe keine ahnung ihr dürft mich hier nicht verurteilen ja ba 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 wir machen sie voll fertig ich komme go 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 dut 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 ja man damage sa mag ich mooo moi wien berlin oihies wie gehen in dieses lädtgeen oihie oihie oihieARON euie Geil euie Garten how we lieben es wir gewinnt doch ich finde Korki voll sexy das ist ein Charlie Fokstrott verstehst du? Fokstrott Charlie das ist aus Suicide Man verstehst du? ok das ist Charlie Fokstrott du kommst zu aus Suicide Man und jeder liebt uns oder so? uuuuuh 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 wieso sterben die? sie sind überschindert die haben Baron die können nicht sterben das ist nicht akzeptabel gar nicht cool finde ich das uuuuuh uuuuuh ich höre nur Schlaggeräusche aber warum ist meine Support-Afka? ist das schon weich in Afka? ich hab's nicht so mitbekommen uuuuuh der Tower ist so es war ne Marsch uuuuuh 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 uuuuh uuuuuh uuuuh okay Ich mag die Raketen, die sind super. Echt davon. Fick dich. Ja man, stirb. Ja, spring! Ich steh doch extra hier. Nee, du kriegst hier gar nichts, Wayne. Außer Pauls Fresse. Idiot. Ey, das fand ich cool. Meine Rockets. Oh, oh. Äh, oh. Okay. Fick dich. Ich hab keinen Mana gleich mehr. Alter. Die wurde bedient. Ja man, bring den Respekt bei. Wie finden wir eigentlich die neue Stimme und das neue Hood Overlay? Ich find's eigentlich echt sexy, aber ich kann noch nichts drüberlegen, weil ich noch nicht ausprobiert hab, äh, ob man das ändern kann, das neuere. Weil das ist ja das alte, das sieht man nur in Ranked. Und das neue ist in jedem anderen Game Format. Oh, oh. Ich hab keinen Mana. Ich will nicht gegen die Kämpfen. Die macht mir Angst. Na, vielleicht mit du, will ja. Benz getrimmelt! Benz getrimmelt! Weeeee! Okay. Weeeee! Nice! Okay. Die sind alle fokussiert auf Nautilust. Das heißt, dieser Tower gehört mir! MIR! Oh oh! Weeeee! Oh oh oh! Okay. Oh oh! Ey, ich geh hier lang! Tschüss! Wir sehen uns! Tschüss! Ich hab keine Lust auf euch! Keiner mag euch! Blöden! Hey! Der Nautil hat den Turm zerstört! Und wir auch! Jetzt sind nur die Inhibitore offen! Das heißt, wir brauchen nur noch einmal die alle töten, Inhibitore zerstören und Ende machen! Ist ich das falsch? Stecke nicht! Nein! Jetzt hab ich leicht die! Cool! Brrrrrr! Brrrrrr! Und ich hab richtig noch Dreck! Die wurde gedient, die wurde bedient, alter! Und die wurde auch bedient! Und der! Und der! Der wird sowieso bedient gerade! Der wurde hart bedient! Tupidupidupi! Tupidupidupi, Tupidup! Puschen wir mal Touch lane! tötet hat er die ihre schafften nicht gerade ist ein key hatte schwierig die anderen boxen leicht weg die tanks schwierig die mal wieder schief oh ich wurde bemerkt schade schade aber bei denen ist auch anscheinend jemand auf k weil ich sehe dies nicht mehr schon weil ich ja genau wie bad naja ich würde sagen es ist fair ist nicht für maoka ist auch nicht mehr zu sehen es ist 34 wird es sind heute los ich würde ein bisschen farmen yo bitch get up the way fuck you du bist gefickt von charlie foxtrot ja man charlie foxtrot ist bedient von charlie also ich finde korki super er hat was ja man was glauben die wer sie sind sich gar nicht an wir machen jetzt zu ende glauben die wer sie sind die die wieder mal rechnen mit aufnahme geworden mit korki präsentieren korki der märkte die verkehre ich hoffe dass er die vor allem was wir wurden die bewertungen da will ich mich drüber freuen daumen auch Und ich würde sagen, wir sind zum nächsten Video. Bleibt so flausch wie ihr seid. Ich bin euer Rico de Pe. Haut rein. Bis zum nächsten Video.